das ist ein eine aufgabe für jemand anders oder das müssen sie den trainer fragen mit mir da hat sein haushaber gefühlt auch echt nur aus holz gebaut haben häuser halt wahnsinnig ja aber nur ich mein besteht dein haushalt wenn ich aus holz ja war halt auch zum teil aus steilen ja weil es in der wand drin war ja trotzdem ja gut er baut sich im berg rein aber mein haus besteht aus steinen beste argumentation es ist so schädig das ist debatet ich höre mir mal eine andere holzsorte es ist sonst abweilig das muss auch so ein buntes haus machen so eine karosform da rein ich hab ja ne holz ja das habe ich sogar zum teilen was ist denn aluminium erz habe ich gefunden ich habe ja diese modifikation ja noch nie gespielt ich habe keine ahnung wir haben auch nicht die ahnung aber wir machen es trotzdem oh eisen das einzige was fehlt ist der atomstrom ja ich habe eisen gefunden ist ja cool schützlich da ö Ja, ja. Maxi, Maxi. Hey. Servus. Ich habe eine Spinne für dich. Ich glaube, ich spinne. Oh, danke. Dankeschön. Danke. Für die Blue. Deine aus dem Maul, oder was? Ich weiß gar nicht, ob man das... Ja, du hast unter deinem Kind noch ein Gesicht. Ja, das kommt mir in deinem Kopf und Gesicht. Ich bin mal gespannt, wie deine das am Ende dann findet. Mach mal Basti, der hinter dir steht. Ey, ich hab dich gelöscht. Hätte ich fast getötet, aber ich hab aufgehört. Oh, jetzt erstmal das nächste Portal abbauen. Das nächste Portal. So, das ist, glaube ich, ganz gut so. Danke, Chris. Boah, ne neue Schuhe. Ja, du... Ich seh grad das Dachten, ne? Das sieht doch schön aus. Alter, so richtiges Pussyfake. Oh, ich hab dich gelöscht. Oh, ich hab dich gelöscht. Oh, ich hab dich gelöscht. Wird schon wieder dunkel. Ist noch gar nicht hell geworden. Echt? Weiß es nicht. Das müssen wir nicht vorgehen. Das müssen sie den Trainer fragen mit mir. Ich... ich denke, Daniel wird's schön finden. Du bist der Hausflüsterer. Louis, der Hausflüsterer. Ist ja auch Hausauf von einem Creeper zerstört worden. Dann rufen sie Louis an. Er repariert es. Er weiß nicht, wie es war, aber er kriegt es schon hin. Und die Dache ist dann auch pink. Und wenn sie sich fragen. Da war etwas vorher nicht da. Und es ist auf einmal da. Dann sagt nur noch Louis. Da war Platz. Er verschönert es auch noch. Und das zu einem entspannten Preis. Von 396,99€. Aus. Pro Stunde. Pro Minute. Pro Sekunde. Halter. Halter. Haltern. Haltern. Haltern am See. Haltern am See. Alter, wie viele Eichenhicy jetzt im Moment da hab. Die Eichenhicy. Ich glaube, ich bin zu tief, oder Chris? Nein! Oh, ich hab's gleich eben gemacht, Schatz. So, das Dach ist fertig. Oh, Bäume fällen, ja. Nein, 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 Basti, nein! Der, der die Angst kriegt, ey. Aber schein ist zu recht. Ja, dass du so alles Angst haben, bist du da im Haus oben? Ja. Ich will dich gleich mal besuchen. Fuck you. Auf welche Version läuft das jetzt? Eins, fünf, zwei oder so. Weil ich finde ja diese Minecraft-Version jetzt mit Auto-Jump und so, die finde ich voll schrecklich. Ja, Auto-Jump kannst du ausmachen. Ja, aber da ist auch das mit dem Kämpfen, das Kampfsystem haben sie ja auch verändert. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße geworden. Also, ich finde das nicht schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Oh, Stern. Ähm. Ich glaube, der ist in was Garten jetzt eingeschlagen? Nein. Der ist oben auf dem Baum eingeschlagen. Der ist oben auf dem Baum eingeschlagen. So, ihr macht jetzt noch ein Kind, dann kann ich euch nichts erfüllen. So, hier macht Wumms Wumms. Ein Herz für Hunde. So, zack. Baby da. So, ihr macht Platz. So, und sterbt. Da ist Platz. Fuck, wo ist das Hunde? Juni. Wuff. Wo ist der zweite jetzt hin? Wuff. Er sitzt da auf der verkackten Kiste. Toll. Komm. Ja, komm. Komm, du Mistis. Nö. Äh, nicht so frech. Äh, fuck. Ey. Ja, bau das doch nicht ab. Ey, du hast das immer wieder da jetzt. Ja, toll, aber du hast es abgebaut. Wie kommen denn immer Viecher zu meinem Haus, die jetzt alles ausgeräumt sind? Oh, scheiße. Oh. Nein, Alter. Na, erstmal hier in so ne Kästchen, damit ich mal ein paar Sachen weckern kann. Sowas wie Lava auch nicht. Weil das wär dann echt zu hart. Ich wollt dich da betreuen. Ach. Machst du aber nicht. Ähm. Äh. 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 Okay, wofür kann ich nichts verändern? Ah. Spinne tot. Pfff. Ich hab eine Spinne getotet, weil ich eins gerade... Oh, ich hab nie Idee. Voll. Aber ich weiß nicht wie ich da hochkommen würde. Ja. Ich hab keine Waffe doch. Außer das Dach besteht aus einem aus Totenholz, einem Liedernholz und einem weißenholz. Äh. Äh. Was du schlimmst. Ja, ich bin tot. Easy. Absolu. Äh. Okay. Auf der nein. Tschüss. Und was kann ich hier noch, ähm. Nööööö. ich würde denken sagen dass ich glaube das ist jetzt aber auch genug ich nicht aber ich kann machen das durch ich habe schon verstanden ich habe sein holz in johannes und habe den witz verstanden johannes 36 habe den witz verstanden 36 ist nicht stefan der war irgendwie wies irgendwie wies aber auch irgendwie die wahrheit ja schon 5 tage echt ist das schon der 23 ach ne 6 tage dann ich kann sagen wir haben doch heute 19 17 was sag ich doch ja 19 ne ich habe voll was sag ich doch wie du sagst nein also richtig nein ne du hast unrecht ganz einfach ja ok wie mache ich das denn gar nicht doch dann hier lang alter was ist denn das hier für eine scheiße mit den bäumen alter die du hier gepflanzt hast hey ja warte halt erstmal ein bisschen fertig zu sein ja toll das ist aber bullshit mit dem pdl alter im maul ja junge alter kann man nicht mal wenn man im wasser ist richtig an land kommen du sollst ja ja auch nicht ins wasser ja toll ich geh doch bestimmt nicht den umweg da ach so ich bin dafür dass du das Wasser irgendwann mal richtig zuschütten weil nein das wasser bleibt dann du musst aber so scheiß umweg und dann musst du eine richtige Brücke drüber bauen oder sowas ja blöd hä nee geht ja auch immer in die komplette hä ich habe übrigens Daniel sein Haus repariert bzw mit dem Gater feiert das bei dem Glas ach so ist doch so nett jetzt doch so nett ja im Gegensut dazu dass ich äh das weiß ich getan habe im Gegensut dazu dass ich äh das weiß ich getan habe man ist klasse du hast doch nix immer das war ja ein wie gesagt ich warte eigentlich nur auf die Explosion so nach dem Motto ich hab schon da red ich darf es doch wieder kaputt machen gut wo werden denn die ein Creeper ok denn hier tut es doch auch Key End Ghetto Creeper was interessante Bauweise Robin ja ich schenk dir mal Glas danke so jetzt haben wir mein Problem ja ich guck halt ne das wird eh noch voll verändert alles eh aber ich mach erstmal den Anfang weißt du ok ok das ist immer so bei mir wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? äh warte ne halbe Stunde ok wirst du dann jetzt den nächsten Mal wieder kommen? wir haben viertel vor viertel vor viertel vor 48 Jahre ja man ja ich kann nicht dich einfach wieder durch die andere Seite durch sein Haus halt schon wieder kaputt machen ja spinne ja